So, naja, wollen wir anfangen mit dem Nutzbraten. Ja, das ist übrigens Bewertung, Bewertungsvorschau. Und zwar wird dann für jeden Abend derjenige, der in den Kategorien ältestes Fabrikat, also ältest Vertrabant oder Originalzustand und 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 und. Was sind Sie? Was sind Sie? Was sind Sie? Schön. Aber unser Tür ist so schön aus, ist die Mutzbraten, die machen wir dann drunter. Ähm. Was? Was? Wir machen dann einen Mutzbraten drunter. Oh! Hopsa! Oh, endlich zu viel. Oh, ich bin nicht zu viel. Ich bin nicht zu viel. Also, ich bin nicht zu viel. Ich bin nicht zu viel. Ja, ich kann auch nicht, ich kann nicht bei Ihnen fließen, also. Und ich... Ich würde... Ich würde nicht zu viel gehen. nicht mehr so fahrschi und dem wetter sieht es auch gut aus schön Sonnenschein rein also der müsste da in einem Teil mal öffstehen und sich mal woanders hinstellen wenn wir hier oder wenn sie herkommen der müsste da in einem Teil mal ja die habe ich hinten rausgehangen das ist die 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 die